So, hier mal was für meine Freunde von der Reichsbahn und der Bundesbahn und der sonst welchen Bahn. SNCF, Société Nationale, die Chemin des Fairs und so weiter. Hier vom Feinsten. Für Liebhaber von Eisenbahnwaggons. Er will sich wieder nicht aufnehmen lassen. Hier, sammelst du nicht auch Bilder von Eisenbahnwaggons oder du? Nein, ich bin kein Müllsammler. Na, das ist doch kein Müll, so ein Eisenbahnwaggon. Okay, dann gebe ich dir gleich welches. Ja, Klassik Korea. Ja, für Sammler ist das natürlich eine Besonderheit. Sieht man nicht so alle Tare. Ich wusste gar nicht, dass der hier verkehrt, was es so alles gibt. Transkontinental. Stuttgart, Berlin und dann Transkontinental. Das hört sich ja ein bisschen sehr hochgestochen an. Aber naja, der Sammler liebt es. Viel interessanter. Für andere ist natürlich jetzt Hellweg oder Metro. Oder O2 World dahinten. Oder vielleicht Körperwelten hier. Wer es mag. Oder eben dahinter die Eastside Gallery wieder. Und Kreuzberg guckt auch wieder mit einem Kirchturm rüber. Nach Friedrichshain. So. Das war ein Stück. Ostbahnhof. Zuvor Hauptbahnhof, zuvor Ostbahnhof, zuvor Schlesischer Bahnhof, zuvor weiß ich was. Wrietsener Güterbahnhof, der war da, wo die Metro ist. So. Jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Wrietsener Güterbahnhof, zuvor Schlesinger Bahnhof, 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 zuvor Schles